ja überfahren ist klar um um hat zum teufel ich sage immer der kann ich fahren aber so meine ich das eigentlich nicht oder das ist der proleute ja gut ist dann wir verziehen uns doch mal unauffällig die wer ist da denn um um warum bist du ausgestiegen ich habe mir gedacht es hätte auch ja ich habe mich festgehalten aber es hat nicht gereicht aber das ist ein ich habe mein bestes gegeben manche habe ich festgehalten hat nicht gereicht warum bist du so durch die erlöchern für schein ist mir egal auch so läuft das also ja der mk Alter, der klopzt weg. Tobi, ich mach meinen Namen wieder alle Ärger. Und er schaut. Der fliegt im Wege. Ich weiß. Falschirm öffnen. Hä? Nee. Günther. Sag mal, waren sie nicht gerade tot? Ja. Ich bin wieder auferstanden, haben sie ein Problem dann? Oder sind sie nur der Zillingsbruder? Scheiß Atheisten, bloß weg ihr! Quats, bleibt mal stehen hier! Tobi? Ich glaub, wir sollen... Ja, Mann, Alter, was ist denn voll los? Ich bin wieder auferstanden, da hast du ein Problem damit. Wo fahren wir hin? Äh, keine Ahnung, sie mag mich hier quitten. Digger, ich hab 5% Leben, Alter! Holy shit! Tobi, der hat mich hart getroffen, ey! Kannst du mal aussteigen, komm, wir laufen. Ich hab ja nix gemacht. Ich hab 5% Leben. Ja, was soll denn die Vogel? Der macht das wie du, der nutzt die ganze Spur. Äh, momentan nicht. Du nutzt nicht die ganze Spur, oder was? Ja, wenn du über 300 fährst, musst du die ganze Spur nehmen. Tja, jetzt bin ich tot. Uuuuuhhhhhhhhhh! Alte, das war ein Millimeter an der Wand. Äh... Boom, ich glaub, ich hab ein kleines Schrankenproblem. Hast du mal ne Schranke, Alter? Ohoho! Wir haben keine Schranke. Lass mich mal rumschieben, ja schiebt mich mal rum. Wow, hör auf, ich bin gleich tot. Warte, du bist gleich tot. So, bitte. Also, ganz ohne Räder geht das schlecht. Äh, ist auch wieder scheiße. Warte, 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 warte! Ist in Ordnung! Vielen Dank! Ähm... Wie tut unser Gast denn aus? Ich wollte mich doch jetzt komplett verarschen alle miteinander.